hallo willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal danke dass du gerade wieder eingeschaltet hast und du dir die zeit nimmst mein video zu schauen wir haben so tolles wetter mein arbeitstag war richtig gut heute dann viel zu tun ich grüße meine ganzen abonnenten und gerade dich jetzt alex ich habe von dir ein mystery film im briefkasten gehabt ich bin sehr gespannt was es ist es müsste eine blu-ray sein ist von amazon und dieses mal ab 16 glaube ich also ist es nicht ab 18 das hätte ich nämlich wieder zur tankstelle müssen und das wäre wieder nervig gewesen denn dann wäre das video morgen gekommen so ok dann öffne ich es mal spannend was du mir heute zugeschickt hast ich mache die augen zu ihr seht es zuerst geile sache vielen dank alex für diese blu-ray alter der wahnsinn wow damals hast du mich jetzt echt überrascht alex das ist wirklich eine überraschung ich habe mich jetzt bekommen christiane f in der neue veröffentlichung in der 4k master blu-ray geil also richtig toll ich habe über den film von so vieles gehört der soll richtig gut sein der soll anders sein also der soll nicht so gut zu schauen sein aber ich mache mit diesem film auf jeden fall ein review auf jeden fall kriegt ihr ein review über den film den werde ich nachher gucken heute abend werde ich den gucken und dann morgen im lauf des tages nach der arbeit gehe ich wieder zu meinem ort draußen und dann mache ich eine review also bekomme ich für diesen review morgen wow alter alex vielen dank hast du mich echt überrascht jetzt hey damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet aber du hast recht wir haben darüber schon öfters geschrieben und öfters geredet über diesen film da hast du vollkommen recht also wirklich toll den wollte ich echt mal gerne sehen aber da waren wir die blu-ray jetzt ein bisschen zu teuer immer im media markt die war so 15 euro und das media book war so ich glaube media book war glaube ich 23 euro hier die 4k blu-ray also die 4k master abtastung wow und hat hier hat sogar ein schönes vende cover da also da freue ich mich sehr drüber da hast du mir echte freude bereitet den film habe ich noch nie gesehen also den film habe ich noch nie gesehen ich habe davon nur gehört die kinder vom bahnhof zoo so wow toll ein echt geiles update das müsst ihr auch mal sagen ein echt tolles update ich bedanke mich für eure kommentare für eure daumen nach oben ja das war mein update von heute von alex ok ich wünsche noch einen schönen wochenstart genießt das wetter viele müssen hier arbeiten ja ich hoffe das video hat euch gefallen dann bis zum nächsten mal schau schau